Hallo und herzlich willkommen aus der Waldbahn vom Bikepark Serfos Veslades. Ich habe jetzt mal das gute Sender, das DH von Max ausgeliehen, weil ich bin eben gerade mit Tom und Bernd auf dem Frommestradio mitgefahren. Und das hat so geil funktioniert, auch die Endkurven, ja da tut sich das halb bisschen schwer, es ist ziemlich lang. Aber es hat so gebockt, dass ich mir gesagt habe, komm ich nutze jetzt noch die letzte Stunde hier im Bikepark und prügele das Ding mal hier runter. Mit allen letzten Kräften, die ich noch habe nach 5 Tagen, Serfos und Frommestrail und Co. Ja, und ich nehme mich auch mal jetzt mit. Mal sehen, vielleicht ist das Ding hier komplett raw und schneit eine Abfahrt nach der anderen rein oder karte die kurzen Szenen rein. Von daher würde ich einfach sagen, legen wir direkt los mit dem Video. Wenn es euch gefällt, ist mir ein Like, Abo und Kommentar da. Aber würde ich sagen, wir sind jetzt einfach auf dem Trail mit dem Sender und let's go. Okay. Okay. Oh, ein Splat. Oh, ein Splat. Ich bin hier. Ich bin hier nachher. Ich bin hier nachher. Boah! Oei! so die erste runde mit dem dh war schon mal nicht so schlecht setup technisch ist die gabel vielleicht ein bisschen straff wie ich vielleicht schon eben gesagt habe ist das teil auf große jumps eingestellt also so wie der max es am liebsten hat und um sich schnell aus anlegern zu pushen ich habe es da gerne eigentlich mal ein bisschen weicher vom setup her aber halb zu bild ich denke der teil braucht geschwindigkeit speed und druck dann würde ich sagen sehen wir uns gleich auf der hilfe geiler impact trotz 2 mm hört sich trotzdem noch viel an so 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 wahnsinn so von hilfe bin ich jetzt mal super natural abgebogen einfach mal um zu gucken wie sich jetzt hier auf engen single trail charakteren verhält so so geht aber ganz gut hier so man merkt schon das heck ist gut lang bleibt manchmal so ein bisschen hängen in der kurve so 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 da hab ich außer Kurve was getrifftet und mal einfach so blind mitgenommen wie es wurde hier kann man so aber auch rollen lassen im BH gar kein stress eigentlich das Bike ist so lang also Grip ist echt fies da ist nicht viel da heute hier laufen lassen und raubtaschen ok hier runter hoch hier wieder nebenher rein und dann raus wunderschön hier laufen lassen dann kann man hier rüber ok alles klar machen wir als nächstes weiter auf die Hillybilly ok noch ein bisschen noch mehr das Stück ist einfach super heftig ja wenns vorher geregnet hat ist die einfach noch mal ein ganzes stückchen härter hier super weich Wasser im Impact immer schön high das wird jetzt nicht high leiden die Wurzel ist so fies meine Fresse wird zu stramm auf Kälberwurzeln und nass geil zertrockt hier laufen lassen das hab ich gelernt so hier gehts runter auf blau nochmal stramm stramm echt brutal stramm also diese Aufkälberwurzeln die dann nass sind und unerwartet auf so schmalen Engstellen kommen dicker das ist brutal heftig aber ich hab's geschafft so das war's mit dem Video von dem Sender und mir wenns euch gefallen hat lasst mal gerne Abo Like oder Kommentar da ich bin jetzt ziemlich fertig der Urlaub war auch mega anstrengend aber hat unglaublich viel Spaß gemacht deswegen denke ich werde ich in 2-3 Wochen nochmal herkommen aber diesmal dann mit meiner Freundin und ein bisschen das ganze hier ruhiger eingehen lassen das war ja doch schon ziemlich heftig was wir gemacht haben 5 Tage Bikepark am Stück war auch nicht so ohne aber hat sich gelohnt ich hab viel dazugelernt und ich denke Fahrtechnik technisch hat's mich doch nochmal richtig vorangebracht hier also schaltet das nächste Mal wieder ein ich würd mich sehr freuen und ja wir machen uns auf den Heimweg und wir sehen uns dann vielleicht eventuell wieder im Saarland alle ciao